Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Konen Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, ihr hört schon im Hintergrund ist ziemlich viel los und zwar heute geht es um die folgende Herausforderung. Wir müssen 10 Affen töten. Und der Punkt, wo ich jetzt die meisten Affen bisher gefunden habe, ist der, wo ich jetzt hier gerade stehe. Und zwar bin ich hier an dem Quadranten M Vimata 9. Das ist hier, das ist so ein bisschen östlich vom, ich kann es nicht lesen, ich glaube das Tal der Schatten. Blöd, dass dann, wenn da ein Spieler dazwischen steht, das nicht mehr lesbar ist. Es ist auf jeden Fall oberhalb von die Forke, so auf der rechten Seite, also im Osten von der Karte. Und hier findet ihr jede Menge Affen. Hier beispielsweise, ich vergesse das immer, hier beispielsweise ist ein Silberrücken Gorilla. Also wenn ihr den bekämpfen wollt, den könnt ihr natürlich auch direkt mitnehmen. Dann hier oben ist nochmal ein normaler Gorilla. Dann schauen wir hier nochmal ein bisschen rum. Ich glaube 10 werden wir hier nicht finden. Aber wir finden hier doch schon so einige, damit wir im Progress ein bisschen weiterkommen. Und ansonsten muss man halt hier in der Nähe mal ein bisschen warten, bis sie wieder respawned sind. Und es ist nochmal ein normaler Affe. Also sprich hier den Berg so ein bisschen runter. Da ist auch nochmal, also was heißt Affe, es ist halt ein Gorilla. Gorillas sind ja keine normalen Affen in dem Sinne, sondern doch einiges kräftiger. Was man übrigens auch bemerkt, wenn man mit ihnen kämpft. Wie immer bin ich jetzt hier im Admin-Modus und habe natürlich auch den Schaden etwas hochgeschraubt. Damit wir uns das jetzt so ein bisschen angucken können. Sind die da am Schlafen? Das sind doch nicht die, die ich jetzt erschossen habe, oder? Nein, die sind am Schlafen. Sehr schön. Die können wir auch direkt mal im Schlaf hier kaputt machen. Hier ist dann auch noch einer. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht wirklich an dieser Stelle noch die 10 zusammen. Ja, wunderbar. Da ist noch einer und da hinten ist nochmal ein Silberrücken-Gorilla. Ja, und damit habt ihr dann die Quest soweit beendet. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten könnt ihr euch gerne auch noch meine weiteren Videos zum Thema Kundenbettelpass anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.